Musik Ehrenamtlich betreue ich zu Nicht-Corona-Zeiten eine jugendische Leichtathletikgruppe um 16 Uhr und um 18 Uhr. Ich bin Lina. Ich leite gemeinsam mit Kommilitonen die Studierendeninitiative Sozial Engagierte Ingenieure. Hallo, ich bin Saskia. Ich bin Kinder- und Jugendtrainerin in einem Ruderverein. Hi, ich bin Georg. Ich engagiere mich bei Foodsharing. Foodsharing ist eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass weniger Lebensmittel weggebraucht werden. Preview